hallo ihr lieben und herzlich willkommen in diesem neuen starstable online halloween folge und ja ich habe alle sachen die ich brauche für den raben den wir geschenkt bekommen und ich würde mal sagen wir machen uns auf der auf dem weg also auf der suche nach dem altar wo wir das dann alles eintauschen können und so weiter denn ich möchte diesen rahmen unbedingt haben denn die die man kaufen kann sind extrem teuer das ist für mich ein bisschen zu viel also ich möchte nicht so viel ausgeben für ein haustier also möchte ich lieber die sachen eintauschen und mal gucken ob wir das den altar finden mal gucken mal gucken da hinten ist was was haben wir denn kristallisierte dunkelheit oder hinten ist auch noch was federn denn ich sammle die sachen hier ein weil die geben ein paar schillinge und wenn ich dann da oben ist es das altar haben wir gefunden gut und wenn wir dann die federn zum beispiel eintauschen mit dem knochen bleiben uns ja so 20 knochen das sind halt schon 20 schillinge ist nicht wirklich viel aber ist es schon was mal gucken hier eintauschen die musik die musik die ist super hübsch ich feier aus gut wir haben jetzt die krähe das heißt wir können die sachen hier eintauschen das werde ich nicht eintauschen für knochen aber wir tauschen das hier ein für die knochen so dass wir noch 28 schillinge bekommen also von den knochen hier vielleicht finden wir noch etwas und dann machen wir uns auf der suche nach dem kürbis denn in so vier minuten sollte ich einen neuen haben und das machen wir noch in dieser folge ne kerze ja ich habe nicht hingeschaut wo ich hingegangen bin oh man so super so haben wir einunddreißig noch mal federn da hinten ein knochen schillinge sind immer gut geben wir es zu und hier haben wir ja schon 700 schillinge also so schon wieder vier federn haben wir und ich glaube ah da hinten ein kochbuch oder? ja kochbuch doch davon habe ich schon einen so und jetzt kürbissuche so kürbissuche so kürbissuche so kürbissuche und mal gucken wo der kürbis sich heute versteckt hat da ist er da ist er ok ungefähr weiß ich wo die hingegangen sind so so nummer eins hey nummer zwei und der der weg gerannt ist ist irgendwo hier ja jo das ging schnell hm jetzt kann ich auch drei items eintauschen beim kessel denn ich möchte sehr gerne den ähm den Luftballon bekommen der ähm aussieht wie ein kleiner geist so so aber drei items kann ich schon einsammeln also eintauschen und die sachen kann ich auch wieder in meinen Schrank tun in dem Moment brauche ich die Schillinge eigentlich nicht so und ab in die Finsternis so dann mal gucken was wir so bekommen ich habe noch gar nichts hier eingetauscht Hut der Beschuldigten okay ähm so bekommen wir alles hier in einer Reihe oh die Satteldecke alles champietauglich das ist ja cool und die Hose gut jetzt fehlen uns noch sieben Fragmente bis ich ähm weiter eintauschen kann aber ich bin endlich froh dass ich die kriege habe ich habe extrem lange gewartet und gesammelt aber ja okay jetzt habe ich sie endlich und ich bin mega happy falls ihr sie auch habt dann schreibt es mir gerne unten in den Kommentaren es würde mich sehr sehr interessieren und was wie eure Meinung dazu also gefällt sie euch gefällt sie euch nicht ist sie zu spooky und so weiter aber ja ich finde sie einfach mega hübsch gemacht und mega gut gemacht ähm und ja ich hoffe es hat euch gefallen und wenn ja dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da es würde mich sehr sehr freuen und äh ich hoffe ihr seid auch in der nächsten Folge dabei und bis dahin macht's gut bye bye bei Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018